Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Ver-Flixte-Clicks! Gut Choreografiert, Florian. Und ich sag euch, das ist ne Mordwaffe, du kannst damit zuschlagen. Du kannst so ein Ding, du kannst es hier so abziehen. Das ist im Prinzip, ist das ein Knüppel. Das ist eigentlich ne Waffe, die darfst du überhaupt nicht haben. Guck dir das mal an! Darf ich dich mal was fragen, was Persönliches fragen? Ja, warte doch mal. Sagst du manchmal deiner Frau, Schatz, ich muss arbeiten, weil du keinen Bock mehr hast, die ganze Scheiße zu machen? Äh, nee. Ist noch nie passiert. Nein. Nee, mir auch nicht. Also, ich würde mir nie... Nee. Haben wir kein Eishaft? Die Optik ist wichtig, das wird dir sehr schön karamellisiert. Ich beiß einfach mal rein. Wie nennt sich das Tortilla-Taco-Snicker? Oh Gott, oh mein Gott! Ich mach es aus! Jetzt der Strom ist ausgefallen, glaube ich, oder? Oh ja! Ja, Regie, falls ihr uns hört, hier ist ein Stromausfall unten, der den ganzen Keller lahmgelegt hat, wo wir drinnen sitzen. Und wenn es noch auf Toilette kommt? Und wenn es gerade auf Toilette ist! Ja, ich krieg das nicht steif so! Sonst nie ein Problem! Wie viele Schwulen gibt es? Wie viel Prozent der Bevölkerung ist schwul eigentlich? 66. Ich weiß nicht, was von welchem Team kommt. Das ist nicht Gleichberechtigung, das sieht man gar nicht so sehr. Das andere Essen auch nicht. Kann man schon richtig essen, ist kein Gift. Ich lege es mir auf die Zunge. Du hast ein Gerochen! Für einen Koch hast du erstaunlich wenig Ahnung. Das ist ja vielleicht gar nicht sein Gericht. Wer hätte den eigentlich hier tun, ne? Mhm. Verdammt! Das ist auch lustig, ich habe es ja letztes Mal gesehen. War das deine? Doch! Die davor! Doch, natürlich! Du hast einfach seine Karte jetzt an dich genommen! Warte mal! Alter! Das war Gunnars! Oh, die L! Ich habe bereits gesagt! Ja! Alter! Die dumme Sao! Du kriegst zwei. Er hat die genommen! Was soll ich denn? War das deine? Du hast ja gesagt! Oh! Wie hast du bei Werbung Millionär gewonnen? Hattest du so einen Chip? Ja, ja, ey! Alter! Alter! Ich habe nur gesehen, weil Gunnar im Close-Up war und der Kamera gesagt hat, das sehen! Schummel Gunnar all over again! Schummel, ey! Es geht hier natürlich auch um die Bewertung des Chilis, ja? Und, ähm... Da muss ich ganz ehrlich sagen, der Fokus... Da ist ja auch immer die Frage, was zählt denn eigentlich als erste Freundin? Also, erste Freundin kann ich auch sagen, ich hatte im Kindergarten eine, Lori. Mit der habe ich dann geknutscht. Ist die Frage, was zählt ab? Aber das war noch so eine kindliche... Es geht hier nicht um den ersten Sex? Ähm... Oh, das war aber bei mir gleich. Also... Bisschen gut hier! Nein, besser! Besser 11! Guckst du dich mal, Alter, diese winzigen kleinen Dinger an, die wir haben? Das ist eine Paprika! Hallo! Oh! Hatte Angst, dass sich Leute seine kleine Paprika angucken. Ich habe mir so einen Zettel genommen. Da hatte Sophia ein bisschen was drauf gemalt gestern. So, oh, was passiert denn jetzt? Sag mal! Leute, ich habe ein klein wenig trainiert. No risk, no fun ist mein Motto. Ich gehe all in und zieh die Fischkarte! Man muss doch auch immer... Das ist doch auch eine Frage von Selbstbewusstsein. Das Wort sagt es auch. Sich über sich selbst bewusst sein, Budi. Sich über seine Stärken und Schwächen bewusst sein. Warum kann man nicht einfach ehrlich sein? Warum kann man nicht... Und ich sage nicht, es gibt auch Frauen, die können Autofahren. Ich kann nicht ganz streiten. Es gibt auch... Weiß ich nicht. Es gibt auch Sumoringer, die einen Flickflack können. Laut Statistik bauen Frauen weniger Autounfälle als Männer. Weil ihr so fucking langsam fahrt und wir Männer um euch rum gefährliche Überholmanöver machen müssen, weil ihr einfach nichts Gas gibt! Sie veranlassen uns zu gefährlichen Manövern. Ich weiß, es ist dir unangenehm. Du willst eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben. Ich merke das. Du hörst überhaupt nicht zu. Ich hab dir total zugehört. Nein, das fuckt mich einfach ab. Wo ist die Nasti hin? Geht euer Herd? Muss man da noch irgendwas machen? Darf ich mal ganz kurz fragen? War bei euch der Herd schon eingestöpselt? So, wo ist Öl? Ey Leute, kann wir euer Öl haben? Ich meine... Was machen wir denn jetzt? Ey, wer hat denn eingekauft? Haben wir nicht mal Butter? Quark? Komm da rein! Quark! Haben wir überhaupt Quark? Boah, ich hab mich geschnitten! So eine Scheiße! Joghurt ist doch nicht Quark! Andreas, ist das Quark, was du meintest? Haben wir noch einen Kühlschrank? Und wo sind die Kokosstriebacke? Da sind die Kokosstriebacke alle! Hey! Habt ihr Magerquark? Nein, wir haben keinen Magerquark! Ach kaputt! Nicht alles was weißes ist Quark! Ich brauch noch mal den Mixer. Wo ist der Mixer? Da ist der Mixer. Wo ist das gute Hack? Habt ihr das gute Hack? Ich hatte nie Kondome. Ich kenne dieses Kampf falsch raus. Hast du schon mal einen Porno gesehen? Ja. Nur die mit dir. Dann hast du den kleinen Wink an dich. Ich hab so mit dem linken Hoden geworfen. Ich hab's gesehen! Unser Zeichen! Ja, mach das gut! Ja, ja! Mh! 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 Oh my god! Nein, Augenlichtgriff! Oh non! Augenlicht genommen. Nein Nils! Oh my god! Mh! 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 Das ist noch nicht zu fosten! Hast du das gerade noch gesehen? Ja, Nils! Oh du Tennissocke! Oh my god! Dieser Kack! Oh SEEK! Tennis... Man diese... ...Schleidung... Ah, wieder zu doll, du Über-mein-Sproll. Fahrladen! Ja, darum einmal die Strecke heizen und dann die Beine spreizen. Oh, Augenlicht-Gesundheits-Nieser. Du Hundekind. Ui, okay. Nein! Was ist denn das da für ein Stein, der da rumliegt? Oh, baumig, flaumig. Shit. Ah! Ich glaube ja auch, du schummelst, ne? Ey, jedes Mal hier irgendein Baum! Das gibt es nicht, dieser Kackbaum, dieser bekackte Baum. Oh, es war so schlau! Oh Mann, ich möchte dir die Augen eindrücken, ey, und das mit'n Lolli. Ich glaube, Hannes und Nils machen das netteste Couch an Couch, sagt Computer Carlos. Ach, Carlos, halt dein Maul. Das ist das Erste, was dir einfällt? Alleine das hier, ne? Ja. Finde ich so lustig. Ich will, dass das in die Highlights für April reinkommt. Was sagt das über die anderen Highlights aus? Das ist ja einfach sehr gute Qualität, die wir auf dem Sender haben. Ich kann das, soll ich, soll ich das mal ne Dreiviertelstunde machen? Ich frag mich, was die da machen, die kleinen Räuber. Ich hab dieses Video gar nicht gesehen, wo die hier Schandtaten getrieben haben. Echt? Nein. Störung, die nicht... Aber der Nils auch, ja. Wo ist das Fleisch? Diese Lasagne hat kein Fleisch. Ein diktatisches Lasagne. Es ist so, wir wollten das Rind persönlich auswählen für dich. Es ist kein Fleisch in dieser Lasagne. Aber, ich muss sagen, vom Geschmack her... Ne, schmeckt scheiße. Schmeckt scheiße. Sprichwörtlich, Zucchini riecht ein wenig nach Kot. Hallo. Ja, eigentlich würd ich jetzt sagen, hallo, herzlich willkommen zu Zelda. Das findet aber nicht statt. Was hast du kaputt gemacht, Simon? Antwort, ich hab keine Ahnung. Es ist nicht meine Schuld. Und irgendwie sind diese Daten korrumpiert worden. Wie lange haben wir bis zur Werbepause? Bestimmt noch 20 Minuten. Die nehmen wir kurz mit. Und spielen einfach mal Legend of Zelda Link's Awakening DX. Das geht natürlich jetzt hier nicht, ja, okay. Geht's hiermit? Geht auch nicht. Es geht nicht. Ah, ich würd dich gern aufessen, du Pet. Ah. Wisst ihr was? Es reicht. Wir haben's jetzt oft genug probiert. Und am Ende, jetzt kommt's. Spontanes Simon-Ausdenkspiel. Wir machen mal verschiedene Sachen. Bitte haut mich nicht. Aber Dead Space geht auch nicht. Dann müssen wir jetzt Wolf und Mongas spielen. Wer hätte das gedacht? Der Rechner ist abgekackt und ich hab ein weißes Bild. Ich kann nur den Taskmanager öffnen. Den will ich aber nicht öffnen. Das Programm reagiert möglicherweise wieder, wenn Sie warten. Ich will aber nicht warten. Okay, jetzt geht nur nicht mal mehr Steam auf. Ich komm mir echt voll nicht bescheuert vor hier. Jetzt geht's wieder nicht. Wie einfach nichts geht. Hier, guckt euch Schüsse mal an. Guckt euch bitte das mal an. Sie sind an einem anderen Computer angemeldet. Und der Argo-Stein ist nicht richtig. Ich weiß es. Ich weiß es, du Scheißspiel. Ich weiß es. Hat die Regie Ton? Natürlich nicht. Dann geh ich nur mal raus. Oh, der steht auf komplett aus. Ich hatte eben, das Spiel war eben noch hier. Es ist sehr, es ist sehr schlimm gerade. Also in einem Jahr Rocket Beans ist das hier der schlimmste Slot, den ich je hatte. hängen geblieben. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Und das ist ein offensichtlicher Ladefehler, der hier gerade stattfindet. Bin jetzt auch eingefroren. Wenn ich aber sag, Frauenfußball ist jetzt vom... Wie formuliere ich das? Ist einfach Dreck. So. Frauenfußball ist einfach Dreck aus der Hölle. Wie viele Klicks hat dieses Video? Ich sage über 2000. Wir schauen nach, ob ich recht habe. Und zwar jetzt. Tag 66. Wow! Yes! Wenn man sich auf eines verlassen kann, dann sind es perverse Männer im Internet. Zu spät. Das ist unser einziges Gemüse. Das muss verwurstet werden. Aha. Gemüseverwursten. Der Micha. Wir haben voll den Witz gemacht gerade. Hab ich mitgekriegt den? Ja, ganz gut. Ich meine, der soll mal das Gemüseverwursten. Ist das eigentlich ein Rezept von deiner Oma? Ich bin zwar kein Italiener, aber meine Oma hat im Krieg viel mit Italienern geschlafen. Nein, Scherz. Manche Arschlöcher sagen sich aber einfach, scheiß auf Steuern. Das waren übrigens auch die letzten Worte von Paul Walker. Scheiß auf Steuern. Kommt. Respektier mal unser Essen. Ja. Angebot. Oh, da ist Gebot. Zopf. Oh Gott. 99 Prozent. Ist das ernsthaft jetzt? Großbudi. Ihr votet eh Zopf. Ja. Guck mal hier. Meine neue Boxer-Shot. Ich hab was so super Hamburgerisches, dachte ich, dass ich so Anker-Boxer-Shot mitgeschafte. Da hab ich aber gesehen, es sind Kakteen. Internet. Kennt ihr? Kenze, Kenze, Kenze? Ist das nicht diese ... Nein. Ist es wirklich nicht? Nee. Jetzt ist Boston. Ach. Man vergisst es immer wieder. Ja. Achtung, Falle. Fall, 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 fall. Okay. Ah, jetzt hat sie auch was für meins. Diese Ziel- Alter! Mann ey! Aber das ist ja nicht ganz praktisch. Also, ich konnte meinen Geschäften nachgehen ohne Gefahr. Oh, geht's ja auch. War das irgendwie ein Aufladen? Oh, kann die Aufnahmeleitung mal kommen? Wir haben ja einen Rauch-Alarm. Ja. Da kommt der Döde nicht einfach in die Muschi, sondern in den Mittler! Und ich nenne das Schwanz-Alarm! Mal sehen, wie die richtige Antwort lautet! Never change the mind of a lonely child! Bam! Oh, der war auch drin! Bam, Alter! 3, 4, 5, 6, 7, 8, BAM! Ja, ich muss brauner werden, ne? Ja! Wie lange hält das, fragt Brunner? Ne Woche hält das! Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht! Alter! Na? Wie sieht's aus? Ich weiß auch nicht, warum sich das nie übermittelt hat, dass Klopapier austrocknen kann, aber ich meine das wirklich ernst! Ich würde euch ja alle mal einladen, zu mir nach Hause zu kommen und da mal ordentlich zu kacken, ja? Das kann nämlich auch richtig Spaß machen! Das muss nicht so sein... Das kann sich so anfühlen, als ob ihr, ähm, nackt durch Wolken rennt! Das muss ich... Also, ich tendiere auch dazu, unangenehme Erlebnisse zu verdrängen, weil sie mich sonst... ...flüstert mir das Manns Ohr... Hat das was mit Basteln zu tun? Ja! Da haben die mich hinterher angerufen und haben mir irgendwas angeboten, also ein Nickelodeon. Und da hab ich mir nichts Böses bei gedacht! Als ich das erste Mal gesehen hab, ich wollte mich duschen! Hab nur diesen Nils, der in die Kamera guckt... Kleckst ihr gerne herum? Also, ich stehe total drauf! Und deswegen fang ich ein Kunstwerk auch gern mit einem riesigen Klecks an! Ja! 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 Was? Ja, das war's! Das war's schon?